Jetzt zum Punkt 6, Umsetzung der Beschlusspunkte 6 und 7 des Beschlusses zur Haushaltssatzung, konsumtiv und investive Kürzungen. Hier liegen mir drei Änderungsanträge vor, die zunächst eingebracht werden können. Ich mache es mal so, wie auf meiner Liste hier steht. Änderungsantrag Dissidenten, Änderungsantrag AfD-Fraktion, Änderungsantrag Interfraktionell, wenn das die Einbringung gewünscht ist und ansonsten beginnen wir dann in der Fraktionsrunde mit der SPD-Fraktion. Okay, dann kommen wir den einen, dann hat mal Enderungsantrag Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz, wir verteilen jetzt 109 Millionen Euro und eine Koalition im Stadtrat hat sich darauf geeinigt, wie die 109 Millionen verteilt werden. Die 109 Millionen kommen daher, dass wir in Corona-Zeiten weniger Geld ausgegeben haben und dass der Bund uns geholfen hat und die Dissidenten-Fraktion möchte gerne 10 Millionen Euro davon umwidmen in drei sehr, sehr wichtige Sachen. Lassen Sie mich mal nulltens erklären, welche 10 Millionen. Es sind 10 Millionen vorgesehen für einen Kreuzungsbau oder es sind zwei Kreuzungen, steht drin, für eine Schule. Seit wann eine Kreuzung, ein Straßenbau wichtig ist für eine Schule, weiß ich nicht. Selbst wenn es elementar wichtig ist, wir haben ja das Bekenntnis zum Leo-Gymnasium auch aufgeschrieben, dann soll bitteschön eine extra Vorlage kommen mit, wie sieht das aus, was ist geplant, warum ist das wichtig und nicht einfach so, 10 Millionen brauchen wir jetzt, okay. Also diese 10 Millionen möchten die Dissidenten für was anderes ausgeben. Erstens, eine Million der Sachsen Energie geben, weil wir haben der Sachsen Energie vor einem halben Jahr lang Geld weggenommen, damit die Sachsen Energie, also unsere Energieerzeugerin, damit sie ökologisch Strom- und Wärmeproduktion machen kann, bei Prozessen, die heute noch nicht rentierlich sind, aber es bald rentierlich sein werden. Fanden wir alle zumindest dreieinhalb Millionen gut und jetzt könnten wir eine Million drauflegen. Zweitens, 7,5 Millionen möchten wir der WED geben, damit sie Grundstücke kaufen kann, damit dort bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Also die Frage ist, wir Kreuzung machen oder bezahlbaren Wohnraum. Herr Schmählich wird nachher noch etwas genauer darauf eingehen. Und der letzte Punkt, drei Punkte sagte ich, der letzte Punkt ist, wir möchten 1,5 Millionen Euro für Luftfilter haben. Luftfilter für Schulen und Kitas, weil vor drei Wochen haben wir ja schon mal darüber geredet, da haben die meisten von Ihnen ja so ein bisschen gelächelt, brauchen wir nicht. Man ist zwar froh, dass man die gleichen Fehler wie letztes Jahr wieder macht, wo man im Sommer sagt, ach, die Inzidenzen sind so klein und dann im September, Oktober, ups, ui, wo kommt das denn her? Nur, dass dieses Mal, wo kommt das denn her, sozusagen die vierte Welle, wird natürlich maßgeblich bei den unter 12-Jährigen, unter 18 auch, aber unter 12-Jährigen sein, schlicht und ergreifend, weil die sich gar nicht impfen können. Und natürlich werden dann wieder die Schulen zu sein und natürlich werden dann wieder die Eltern stöhnen und die Leute, wo die Eltern nicht arbeiten können, werden stöhnen. Und das ist alles nicht schön. Da brauchen wir gar nicht mit der Gesundheit der Kinder anzufangen. Ja, natürlich werden auch erkleckliche Kinder krank, schwer krank. Es ist auch nicht schön, wenn ein Kind dann auf der Intensivstation liegt und keinen Besuch bekommen kann. Long Covid wissen wir auch nicht. Ja, wir lassen einfach die Kinder in nicht gereinigten Klassenräumen und Kitas spielen und sich da bewusst anstecken. Das könnten wir verhindern, denn anders als vor drei Wochen gibt es mittlerweile ein Bundesprogramm, sodass das Geld, was wir jetzt eingestellt sind, der Eigenanteil ist. Man kann diese Dinge einfach bestellen. Die kommen mit dem Lkw angefahren, dann müssen die noch ein bisschen aufgestellt werden. Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir sagen, wir gehen die Wette ein. Wir machen jetzt nichts. Wir lachen den Schulterbissermann aus. Ja, das ist alles Quatsch, was der erzählt. Dann muss man aber auch die Verantwortung übernehmen, wenn im Herbst es hochgeht. Und dann möchte ich nicht hören. Ui, das habe ich aber nicht gewusst. Okay, stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Dann werden 10 Millionen, die wir... Der Würz lacht. Ein kleiner Spaßkeks da. Na gut, stimmen Sie dem Antrag zu. Es werden damit drei gute Sachen gleichzeitig erledigt. Und gerade das mit dem Luftfiltern. Ich meine, wir werden sehen. Wenn man mich auslacht in fünf Monaten, dann kann ich nur... Dann wird über mich gelacht. Aber wenn man sozusagen... Dich wird man nie auslachen. Da wird man sagen, warum hast du nur nicht das Richtige gemacht? Dankeschön. So, wird der Änderungsantrag AfD eingebracht oder in der Fraktionsrunde? Frau Dr. Schöps, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte. Ich hole jetzt mal für die Außenstehenden, die am Bildschirm sitzen und nicht... Vielleicht für die Details kennen ein bisschen mehr aus. Die AfD hatte am 17. Dezember 2020 den Doppelhaushalt nicht mitbeschlossen. Und zwar lag das vor allen Dingen neben diversen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen auch an dem Änderungsantrag, den die damalige Haushaltskoalition der verbrauchten Parteien, also grüne SPD, linke CDU und FDP, um sie mal in der Reihe der politischen Bedeutung zu nennen, uns vorgelegt hatte. Danach sollte nämlich 77 Millionen von der Stadt eingespart werden und die Stadtverwaltung sollte das sozusagen aus eigener Regie entscheiden. Dann gab es irgendwann mal eine Vorlage, da stand das alles drin und was da so geplant war, uns war von vornherein eigentlich klar, ja, irgendwie, man kann es eigentlich niemandem richtig machen mit den Sparvorschlägen. Und plötzlich, wir waren sehr erschrocken und überrascht, kam plötzlich der Herr Dr. Lahmes um die Ecke, wie ein Zauberer mit dem Hut, den Zylinder, Sie kennen das, zog ein weißes Kaninchen heraus. Und dieses weiße Kaninchen waren rund 109 Millionen Euro, die da plötzlich im Plus waren. Nun führen wir jetzt hier eine Haushaltsdebatte 2.0 sozusagen im Stadtrat, es geht nicht mehr um Kürzungen, fast nicht mehr, sondern um Wohltaten. Wohltaten vielleicht so ein bisschen Richtung Bundestagswahl, vielleicht auch Richtung OB-Wahl, da kann man auch schon mal sich so richtig in Stellung bringen. Nun, wir als AfD sind natürlich in der Opposition und als Opposition will man natürlich auch mitregieren. Und deshalb sagen wir, ja, wir wollen Dresden mitgestalten, um uns zu zeigen, dass wir das können und wollen, machen wir hier unsere eigenen Vorschläge. Manches, was hier im Rat auch vorgeschlagen wurde, sieht ganz gut aus, ist auch richtig, besonders von bürgerlicher Seite. Aber ich sage Ihnen, mit uns als AfD hätten Sie noch viel mehr kriegen können. Und vor allen Dingen ganz ohne irgendwelche rot-rot-grünen Kröten schlucken zu müssen. Die versalzen nämlich das Gesamtkonzept, das somit nicht mehr stimmt. Unser Änderungsantrag, und jetzt komme ich zu eigentlichen Einbringungen, bezieht sich auf den Ersetzungsantrag des Oberbürgermeisters. Wir haben eigentlich nur einen Punkt, den wir darin verändern wollen, und zwar geht es uns um die Unischule. Die Unischule will Mehrausgaben von 6,5 Millionen durch diesen Antrag gerne bekommen. Linkselwig, also auf Altstädter Seite, sagte mir unser bildungspolitischer Sprecher, gäbe es aber gar keinen Bedarf mehr für weitere gymnasiale Züge. Und deshalb ist es natürlich auch widersinnig, wenn drei neue Züge für ein Gymnasium dann gebaut würden mit viel Geld, die eigentlich überhaupt nicht mehr benötigt werden. Und deshalb wollen wir das Geld halt anders, sinnvoller und für dringende Projekte ausgeben. Wir wollen zum Beispiel 250.000 für die Jahre 2022 bis 2024 zusätzlich in die Sanierung von Schulsporthallen investieren und gleichzeitig auch zur Förderung von Sanierungsvorhaben für Sportanlagen von Sportvereinen bereitstellen. Sie haben ja vielleicht alle den Brief von der SG Gittersee bekommen. Und zwar ist das ein Verein, der dringend Unterstützung für die Sanierung seines Vereinsheimes und der Sportanlagen benötigt. Der Verein ist schon 140 Jahre alt und hat das Besondere, dass ihm die Anlagen selber gehören. Also er ist nicht ein Teil des Eigenbetriebssports, sondern er ist wirklich Eigentümer dieser Anlagen. Und deshalb fällt er überall durchs Raster und nun ist wirklich, ich habe Fotos gesehen, ganz dringender Sanierungsbedarf. Deshalb wollen wir unter anderem solchen Vereinen dort mit unter die Arme greifen. 1,5 Millionen wollen wir insgesamt dann für die Marktgebühren 2021 und 2022 mit ausgeben, dass die halt nicht getragen werden müssen. 2 Millionen wollen wir für die Sanierung des Blauen Wunders mehr bereitstellen. 1 Million für die frühzeitige Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Fernsehturms im Rahmen des Verkehrs- und Mobilitätskonzepts Fernsehturm Dresden. Und, das ist uns ganz wichtig, eine weitere Million, die dann noch in der Rechnung übrig ist, wenn Sie nachgerechnet haben, soll in eine Liquiditätsreserve fließen. Und zwar zur Gegenfinanzierung von ungeplanten Mehrausgaben oder Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, was uns da noch erwarten könnte. So weit unsere konkreten Vorschläge. Und unterm Strich, wir als AfD sehen uns natürlich auch weiterhin einer seriösen und sparsamen Haushaltspolitik verpflichtet und haben nicht die Absicht, künftige Generationen für irgendwelche ideologischen Luftschlösser, wie sie gerne in diesem Rat immer wieder aufgebaut und konstruiert werden, in der Zukunft bläschen zu lassen. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Vielen Dank. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt, wie gesagt, die SPD-Fraktion. Frau Dr. Vogel, bitteschön. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, Wir haben als eine der fünf haushaltstragenden Fraktionen in den letzten Wochen intensiv über den Umgang mit 109 Millionen Euro Überschuss aus dem Jahresabschluss 2020 verhandelt, wohlgemerkt in Relation zu einem Gesamthaushaltvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Der Oberbürgermeister hatte gemeinsam mit unserem SPD-Finanzbürgermeister Dr. Peter Lahmes einen Vorschlag zur Verwendung dieses Haushaltsüberschusses gemacht. Kürzungen bei Investitionen sollten zurückgenommen, entschieden in die Schulinfrastruktur investiert und eine Schwimmhalle in Pieschen neu gebaut werden. Dieser Vorschlag war, gerade bezogen auf die Schulinfrastruktur, aus sozialdemokratischer Sicht ein guter. Doch mehr Sozialdemokratie geht immer und das war unsere Verhandlungsmaxime für die folgenden Punkte, die die SPD-Fraktion hineinverhandelt hat in das federführende Ausschussvotum. Darunter 24 Millionen Euro, die zusätzlich in die Bildungsinfrastruktur nach Dresden und in die Schulbudgets fließen werden. Kinder werden sich über Kita, Bauten freuen, die Unischule oder das Gymnasium Leo, über Schulbücher oder zusätzliche schulische Angebote. Zweitens, der ÖPNV wird weiter gefördert, um die Verkehrswende weiter voranzubringen. Und drittens, endlich erhalten die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer städtischen Musikschule, dem Heinrich-Schütz-Konservatorium, eine erhöhte Bezahlung. Das liegt unserer Fraktion besonders am Herzen, denn musikalische Bildung ist Herzensbildung. Und ein mitfühlendes, empathisches Herz ist Voraussetzung rechtsnationalen und pseudodeutsch verbrämten Abirrungen mutig widerstehen zu können. Musik macht lebendig, gewaltfrei und menschlich. Mein herzlicher Dank gilt den anderen vier haushaltstragenden Fraktionen. Wir haben in diesen neuerlichen Haushaltsverhandlungen deutlich gemacht, dass sich Kommunalpolitik lohnt, dass sich Verstreiten auszahlt und unsere zu Unrecht viel gescholtene Demokratie die bestmögliche aller Welten ist, trotz alledem. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem federführenden Ausschussvotum des Finanzausschusses. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Zastow für die FDP. Ja, meine Damen und Herren, das war natürlich eine Überraschung, mit einmal 109 Millionen mehr zu haben. Was mich zu der gar nicht so unernsthaft gemeinten Behauptung oder Empfehlung hinreißen lässt, ob man nicht den nächsten Haushalt doch erst verabschiedet, wenn der Jahresabschluss vorliegt. Wir haben ja bei uns den jahrgeizt, immer mit dem fertigen Haushalt ins neue Jahr zu gehen. Das ist gut so grundsätzlich, das machen wir ja und das schaffen wir auch unter widrigsten Bedingungen immer wieder. Aber eigentlich, wie wäre es, wenn wir das nächste Mal ein bisschen abwarten, bis der Jahresabschluss vorliegt, weil wir hätten uns natürlich das Ringen um so manchen kleinen, in der Gesamtschau wirklich kleinen Betrag sparen können. Hätten wir es schon vorher gewusst, ich will jetzt nicht das Beispiel der Parkgebühren nennen, aber die Senkung wäre, aber man hätte auf jeden Fall ganz anders diskutiert. Die Erhöhung wäre vielleicht nicht nötig gewesen, die Senkung, die Erhöhung soweit. Das andere will ich jetzt mal gar nicht fordern, aber die, wobei es bei der Lage der Innenstadt, glaube ich, die richtige Maßnahme wäre, darüber reden wir heute nie. Aber trotz alledem ist es natürlich schon ein bisschen misslich, dann hinterher doch nochmal so einen großen Betrag zu sehen, so schön das auch ist, über den er neu zu reden wäre. Deswegen so ganz, ganz zufrieden bin ich damit nicht und hätte mir dann auch mehr Prognosegenauigkeit seitens der Stadtverwaltung gewünscht. Insgesamt sind die Vorschläge, das wiederum als Kompliment auch an die Stadtverwaltung, zur Verteilung der Mehreinnahmen natürlich insgesamt sehr gut gewesen. Das muss man sagen, viele Dinge, die dort angesprochen worden sind, sprechen uns ja aus dem Herzen. Das sind nicht bloß die Rücknahme von schmerzlichen Kürzungen, sondern das ist auch die Verteilung, ob das jetzt der Bildungsbereich gewesen ist oder auch die Infrastrukturnahmen, Maßnahmen für den Fernsehturm. Alles richtig, alles gut, findet unsere Unterstützung. Wir als FDP-Fraktion sind natürlich auch sehr froh, dass das Geld für die weitere Ertüchtigung der Eissporthalle drin geblieben ist. Wir brauchen die Leistungsträger in dieser Stadt, die Vorbilder auch für andere sind. Dazu gehört eben nicht bloß Dynamo DSC, dazu gehört eben ganz besonders gehören dazu. Auch die Eislöwen von der Eisshalle profitieren, auch die Short-Tracker, die Eiskunstläufer. Deswegen halten wir das für richtig, auch in unsere Leuchttürme dort weiter zu investieren. Das ist jetzt möglich, deswegen ganz klar eine gute Sache, auch aus unserer Sicht sind wir sehr glücklich, dass wir bei uns ein wichtiges Anliegen dafür gekämpft haben, dass das drin bleibt. Viele andere Sachen ganz genauso, das Nebenstraßenprojekt, was vor allem der CDU am Herzen lag, ganz klar hat, dass wir das ebenfalls mit unterstützen. Und wir sind auch ganz glücklich, dass zwei kleinere Herzensanliegen für uns es auch jetzt noch in den Haushalt geschafft haben. Das eine ist die Unterstützung für den Dresdner Rennverein, das heißt für die Galopp-Rennbahn. Da stehen ja Verhandlungen an, glaube ich, wie es mit der weiteren Unterstützung seitens der Stadt für diese große und von vielen Zuschauern ja auch genutzte Anlage steht. Die Verhandlungen müssen erst noch zum Ergebnis führen, aber so auf dem ersten Weg ist zumindest schon mal eine Finanzierung gesichert, was, glaube ich, auch der Stadt Dresden insgesamt die Verhandlungen leichter macht. Und dass wir passend zur Debatte in der aktuellen Stunde zum Neustad der Markt jetzt endlich auch das Thema Kugelbrunnen, Krachtbrunnen angehen und vor allem auch lösen können, das ist sehr wichtig. Ich habe das schon selber, glaube ich, vor zehn Jahren mal, da wurden die ersten Pressefotos vor der Ruine gemacht. Ich wurde älter, die Ruine auch. Beide sehen wir nicht besser aus, das stimmt. Wobei das gemeinsame Foto mit Herrn Löser im Brunnen, wir sollen ja im Brunnen nicht baden, wie ich gelesen habe. Es war kein Wasser drin, wenn es denn mal irgendwann soweit ist, dass er fertig ist, würde ich sogar mit ihm baden gehen. Wenn wir das erleben gemeinsam, würde ich das tun. Auf jeden Fall finde ich das ganz wichtig, dass wir hier, Herr Dr. Brauns, dass wir auf verschiedenen Ebenen versuchen, an einem Strang zu ziehen, weil so kann ja Stadtrat auch mal funktionieren. Die Sanierung dieses Brunnen ist das Anliegen von ganz vielen, nicht bloß von uns, sondern SPD hat es gesagt, andere wollen es auch. Und ich bin sehr glücklich, dass es dem Anlöser gelungen ist, im Haushalt des Landes dafür zu sorgen, dass auch dort Geld zur Verfügung steht. Wir machen jetzt die fehlende Summe hier im Stadtrat locker. So geht es, damit wird das Ding jetzt hoffentlich auch gemacht. Ich denke, das Geld müsste reichen. Er guckt skeptisch, Frau Jenigen, das deutlich, das Nicken, es reicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir gehen es an. Als nächster Redner, die Fraktion, die ist der Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Wenn das Astro so lustig ist, das macht mich schon immer etwas skeptisch. Aber kurz vor der Sommerpause erleben wir heute, der Sommerschlussverkauf hat begonnen. Zumindest was die Dresdner Finanzen angeht. Das Motto scheint zu lauten, alles muss raus. Bei der Verteilung der Linsen scheint das Haushaltsbündnis nicht mehr dem Aschenpuddel-Prinzip gefolgt zu sein. Die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Man hat gleich die ganzen 109 Millionen ins Kröpfchen gepackt. Fürs Töpfchen bleibt dann nichts mehr übrig. Die heutige Beschlussfassung über den unverhofften Jahresgewinn 2020 ist aber kein Sommermärchen. Es ist ein Trauerspiel. Ich sage ein Trauerspiel zulasten der Zukunftsfähigkeit der Dresdner Finanzkraft. Worum geht es denn heute? Formal haben wir heute keine Haushaltsberatungen. Obwohl der Duktus und das, was hier erzählt wird, ja so tut, als ob wir im Grunde genommen einen zweiten Haushalt haben. Nämlich wenn wir Haushaltsberatungen hätten, dann hätte eigentlich bei einem solchen Überschuss von 109 Millionen hier ordnungsgemäß ein Nachtragshaushalt eingebracht werden müssen. Dies ist nicht der Fall. Stattdessen wird der unerwartete Geldsägen für ein, ich nenne es mal, ausgiebiges Frühstücksgelage ausgegeben werden, der haushaltsführenden Fraktion verwendet. Und ich denke, dass die entscheidende Frage, nämlich was braucht diese Stadt vor dem Hintergrund einer noch nicht längst beendeten Corona-Krise, diese Frage beantworten die haushaltsführenden Fraktionen nicht. Durch Corona-bedingte Minderausgaben der Stadt und erhebliche Hilfen von Bund und Land kann Dresden, das ist schon fast zynisch, sich hinstellen und sagen, seht mal, was wir uns jetzt alles durch eure Hilfe leisten können. Da wird eben mal ein neues Hallenbad finanziert, in den Profisport Geld gesteckt, ein bisschen mehr für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben, Rechenfehler bei der Planung von Schulbauten ausgeglichen und noch ein bisschen Klimaschutz betrieben, für den ich allerdings auch eine Bemerkung machen muss. Dieser Klimaschutz, der den sagenhaften Effekt haben soll, 565 Tonnen CO2 einzusparen, der Verbrauch, den so circa 70 Dresdner im Jahr haben. Das ist aus meiner Sicht kein Beitrag, die bisher so ohnehin weit verfehlten Ziele bei der CO2-Einsparung von Dresden wieder auszugleichen. Dies ist nicht einmal ein Tröpfchen auf den sprichwörtlichen heißen Stein. Allerdings, eine seriöse Finanzpolitik hätte bei der Verwendung der 109 Millionen nicht nach Wunschlisten gearbeitet, sondern sich Notwendigkeiten gestellt. Die Notwendigkeiten lassen sich in zwei Fragen zusammenfassen. Erstens, was kommt auf die Stadt pandemiebedingt in den kommenden Jahren an Mindereinnahmen zu? Und zweitens, welche Mehrausgaben sind erforderlich, um die Corona-Krise zu bewältigen? Kommen wir zu den Einnahmeverlusten? Vor allen Dingen werden es Steuern sein und dann über die Steuern auch die Zuweisungen, unter denen wir leiden werden. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin sehr sicher, dass wir im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen des nächsten Doppelhaushaltes feststellen müssen, dass uns eine Menge Geld fehlt und den Preis für die jetzigen großzügigen Geschenke, ja, diesen Preis werden die Dresdnerinnen und Dresdner dann zu bezahlen haben. Was wäre denn für die Überwindung der Krise notwendig? Und welche Menschen waren es denn, die besonders darunter gelitten haben? Ja, natürlich, es waren die Kulturschaffenden, natürlich, es waren Menschen, die noch stärker in soziale Not geraten sind, es waren Menschen, die in ihrer Seele verletzt wurden, aber es waren auch vor allem die Kinder und ihre Eltern, die unter dieser Krise gelitten haben. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass in diesen 109 Millionen kein müder Cent vorgesehen ist, um zum Beispiel die Situation an den Schulen, und da ist das Stichwort Luftfilter gefallen, zu verbessern. Kein müder Cent wurde von Ihnen eingestellt, und da kann ich nur hoffen, dass Sie in diesem Punkt den Änderungsantrag der Dissidenten entsprechend unterstützen. Wir werden darauf verzichten, andere Änderungsanträge in dem Kontext zu stellen. Ich hoffe wenigstens, dass Sie in dieser Frage die Fehlentwicklung, die in diesem Schluss für heute droht, insoweit zu korrigieren, dass Sie in diese 10 Millionen Umsteuerung mitmachen. Vielen Dank. So wird das, ja, also wir haben im Ältestenrat das mehrmals besprochen. Herr Schmählich, ich habe 20 Sekunden drüber gelassen, dann habe ich das erste Mal ermahnt, und das mache ich bei jedem einheitlich gleich, und da will ich auch keine Diskussion mit Ihnen hören. Wir haben eine Geschäftsordnung, wir haben eine Geschäftsordnung, und ansonsten ermahne ich Sie jetzt das erste Mal, wenn dann immer wieder dagegen jetzt interveniert wird, und das ist unser gemeinschaftliches Verständnis. So, jetzt die Frage, freie Wähler, wird das Wort gewünscht? Nein? Dann als nächstes CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, im schweren haushaltpolitischen Wasser des letzten Jahres wurde ein Doppelhaushalt für die Jahre 2021-2022 mit einer breiten Mehrheit dieses Rates beschlossen. In diesem Haushalt waren Kürzungen im investiven und konsumtiven Teil in deutlich zweistelliger Millionenhöhe enthalten. Völlig logisch kam dann im Frühjahr eine Vorlage der Verwaltung, die die Untersetzung dieser Kürzung zum Inhalt hatte. Die Vertreter der haushalttragenden Fraktionen arbeiteten intensiv bis einschließlich Sonntag, den erst 11. April, an einer Lösung des Problems, denn am Montag, den 12.04. stand die abschließende Befassung im Finanzausschuss an. Wir trauten dann alle unseren Ohren nicht, als der Beigeordnete für Finanzen in der besagten Ausschusssitzung die Vorlage bis auf Weiteres zurückzog. Im Mai kam dann die wundersame Meldung, dass es einen Haushaltsüberschuss von 109 Millionen Euro aus 2020 gäbe. Anders als in der Presse berichtet, wurde diese gewaltige Summe aber nicht mal so gefunden, sondern ist erklärbar. Natürlich hat die Corona-bedingte Haushaltssperre in 2020 einen wesentlichen Anteil an der Einsparung von geplanten Ausgaben, aber auch die hohen Drittmittelzuwendungen und Unterstützungen durch Bund und Land sind im erheblichen Maß in dem Betrag enthalten. Auch die befürchteten Einbrüche in den Steuerarten konnten 2020 noch nicht im vollen Umfang registriert werden, was auch ein gutes Licht insgesamt auf unseren Gewerbemix in der Stadt abgibt. Allerdings müssen wir auch deutlich zur Kenntnis nehmen, dass ein gewaltiger Anteil an den besagten 109 Millionen aus eingestellten, aber nicht abgeflossenen Investitionsmitteln, insbesondere hier im Geschäftsbereich 6 des Baubürgermeisters Kühn, herkommt. Mit Blick auf große Herausforderungen, ich nenne mal nur beispielhaft, das Stadtbahnprojekt 2020, das Blaue Wunder, eine zunehmend marode Straßeninfrastruktur, aber auch ewige Planungsverzögerungen in großen Wohnbauprojekten, zum Beispiel in Tolkewitz und Seidnitz, bin ich in Sorge, ob der Geschäftsbereich gut für die Zukunft aufgestellt ist. Mit der heutigen Einbringung des Änderungsantrags der fünf Haushalt tragenden Fraktionen sollte insgesamt ein positives Signal in die Stadt gesendet werden. Die vorgesehenen investiven Kürzungen sind allesamt vom Tisch. Im Gegenteil, es konnte in einigen Bereichen noch etwas draufgegeben werden. Die Stadt behält ihr hohes Investvolumen auch in diesen schweren Zeiten aufrecht. Sicher wird die Sicht auf die Erfolge in jeder Fraktion etwas differenzierter sein. Wir werden es noch hören oder haben es schon gehört, aber wir als CDU-Fraktion freuen uns insbesondere über zusätzlich 5 Millionen für die Nebenstraßensanierung, 4,3 Millionen für das Blaue Wunder, aber auch die verkehrliche Erschließung der Bodenbacher, Winterberg und Dobritzer Straße für das Schulbauvorhaben Leo-Gymnasium in Seidnitz. Wenn auch in naher Zukunft große finanzielle Herausforderungen in den städtischen Haushalt anstehen, ich nannte schon das Stadtbahnprojekt, hier insbesondere die notwendige Sanierung der Nossner Brücke, warten noch wichtige Entscheidungen auf uns. Ich blicke da auf die dreistelligen Millionensummen für das städtische Klinikum, die Zuschüsse für unseren ÖPNV, das marode Straßennetz und den nach wie vor hohen Investitionsbedarf in Schulen und Kitas unserer Stadt. Da in diesem Änderungsvorschlag nichts enthalten ist, was einzelne Fraktionen befremdlich finden können, rechne ich auch hier mit einer breiten Zustimmung zu unserem Verwendungsvorschlag. Am Ende meiner Ausführung möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Verhandlungen, aber auch in den Fachausschüssen konstruktiv an den Beratungen beteiligt haben, meinen herzlichen Dank ausdrücken. Das ist ein gutes Beispiel, wie es sein könnte, wenn der politische Wille zur Verständigung statt fruchtloser Debatten vorhanden ist. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung des Änderungsantrags in der vorliegenden Form. Vielen Dank. Da ist nächstes Bündnis 90 die Grünen. Frau Piluzine, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Herr Krüger, ganz kurze Korrektur. Der Änderungsantrag ist ja schon im Finanzausschussbericht drin. Wir haben nur noch einen kleinen redaktionellen Änderungsantrag, den ich dann auch noch mit einbringe. Auch ich will einen ganz kurzen Rückblick machen. Das haben ja schon verschiedene Kolleginnen und Kollegen gemacht. In den intensiven Gesprächen, die ich während der Erarbeitung des in den Beschluss des Finanzausschusses eingeflossenen interfraktionellen Änderungsantrags geführt habe, sagte mir ein Beigeordneter, Sie sollten beim nächsten Mal vermeiden, dass wir nach Verabschiedung des Haushalts noch monatelang weitere Haushaltsverhandlungen führen. Ja, eigentlich hat er recht. Aber dennoch war das Vorgehen derer, die Ende letzten Jahres den Haushalt verhandelt haben, richtig, den Sparspieß umzudrehen und die Verwaltung damit zu beauftragen, uns vorzulegen, wo die noch offenen 70 Millionen eingespart werden können. Denn, oh Wunder, das haben ja auch schon mehrere festgestellt, plötzlich waren diese stets mit strenger Miene geforderten Einsparungen gar nicht mehr notwendig, sondern statt 70 Millionen in den Miesen waren wir plötzlich im Plus und konnten 109 Millionen verteilen. Etwas, das nicht nur uns als Rat, sondern vor allem der Öffentlichkeit draußen, glaube ich, nicht gut zu vermitteln ist. Und auch daraus sollten wir bereits jetzt für die nächsten Haushaltsverhandlungen, die ja schon wieder im nächsten Jahr anstehen, unsere Lehren ziehen. Zurück zur Ausgangslage. 109 Millionen lagen nun auf dem Tisch mit deutlichen Lieblingsprojekten der Autoren des OB-Änderungsantrags. Ich finde nun, und auch ich möchte mich ausdrücklich für die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit allen beteiligten Fraktionen bedanken, dass wir hier fraktionsübergreifend noch einmal sehr umsichtig und verantwortlich nachgesteuert haben. Ich sehe weder die Luftschlösser der AfD noch die unsolide Politik, die Herr Schmelig uns gerade vorgeworfen hat. Für uns Grüne war es dabei essentiell, dass sich in dem Paket das Thema Klimaschutz beziehungsweise CO2-reduzierende Maßnahmen wiederfindet, haben wir doch als Rat zu Beginn des letzten Jahres nicht aus DAFKE dem Klimaschutz oberste Priorität eingeräumt. Und man muss ja nicht nur momentan in die Hochwassergebiete schauen, um zu wissen, dass diese Priorität mehr als notwendig ist. Leider war im Paket des OBs davon nichts zu sehen. In der Beschlussfassung des federführenden Ausschusses ist nun verankert, dass 5 Millionen in ein Investitionsprogramm Klimaschutz fließen. Ich möchte, und das möge bitte auch im Protokoll stehen, die Verwaltung darum bitten, regelmäßig zu berichten, wie das Geld eingesetzt worden ist und auch in welcher Weise es dem Klimaschutz beziehungsweise der Reduktion vom CO2 zugute kommt. Dann werden sicher auch die von Herrn Schmelig gerade einfach in den Raum geworfenen Zahlen korrigiert. Darüber hinaus bin ich sehr froh, dass wir sozusagen als Pilotprojekt drei der jetzt anstehenden Schulneubauten klimaneutral errichten und betreiben werden. Ein weiteres Stück Weg hin zu dem Ziel, als Stadt grundsätzlich solche Vorhaben klimaneutral durchzuführen. Jetzt bitte ich noch darum, dem redaktionellen, interfraktionellen Änderungsantrag zuzustimmen, der nur die Nummer der Anlage im Änderungsantrag des OBs, auf die Bezug genommen wurde im federführenden Ausschuss korrigiert und der auch die für die Skateranlage in Klotsche vorgesehenen Mittel dem hier zuständigen Amt für Stadtgrün zuordnet. Das ist also eine rein redaktionelle Sache. Was nun weitere Änderungsanträge des heutigen Tages angeht, so weiß jeder genau, dass solche Pakete wie das Vorliegende in sich rund und bis auf den letzten Cent durchkalkuliert sind. Und manch ein Einreicher weiß das besonders gut, weil er hier ja selbst einschlägigste Erfahrungen mitbringt. Und seriöse interfraktionelle Zusammenarbeit wird auch nicht plötzlich zur Hinterzimmerpolitik, nur weil man selbst nicht mehr mit am Tisch sitzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Wird AfD nochmal das Wort gewünscht? Herr Lommel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Angenehmerweise hat sich bereits knapp vor einem Jahr nach dem Beschluss des Haushaltes ein Finanzplus von knapp 110 Millionen aufgetan. Die haushaltstragenden Fraktionen haben das Geld in verschiedene Projekte verteilt. Zu den einzelnen Projekten hat sich meine Vorrednerin schon ausgelassen. Mein Schwerpunkt liegt woanders. So wie in kürzester Zeit 110 Millionen Euro gefunden worden sind, so sehe ich die Gefahr von schwarzen Löchern im Haushalt ebenfalls aufkommen. Die schwarzen Löcher haben einen klaren Namen. Sie nennen sich Corona 4, vielleicht Corona 5. Sie nennen sich vielleicht VVO. Hier liegt eine Deckungslücke von 90 Millionen Euro vor, wovon 36 Millionen zu Lasten der Stadt geht. Gut, das kann möglicherweise vom Land bezahlt werden. Noch ganz klar ist das nicht. Das schwarze Loch könnte Gewerbesteuerausfälle sein, die so noch nicht erkennbar waren. Rohstoffpreise und der inflationäre Druck zeigen für mich eine Morgenröte einer kommenden schwierigen ökonomischen Lage. Richtig wäre zumindest, Anteil der gefundenen Gelder nicht auszugeben und sicherheitshalber zu bewahren. Es ist mir allerdings auch bekannt, dass in einem öffentlichen Haushalt dies problematisch ist. Richtigerweise müsste man jedoch bei einigen Vorhaben ein Sperrvermerk notieren, welcher dann ein klares Signal nach außen geben würde, dass eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, dass das Projekt in Angriff genommen werden kann. Dies haben die haushaltstragenden Fraktionen nicht getan und haben damit unnötig hohe Kosten geschaffen für den Fall, in dem eben die von mir beschriebenen Ausfälle von Steuergeldern und daher kommt das Geld immer, kommt. Persönlich hätte ich mir eine höhere Zuwendung Richtung Blaues Wunder gewünscht. Wir wissen alle, das Blaue Wunder mit seinem enormen Reparationskosten wird noch häufig im Stadtrat uns beschäftigen und zwar mehr, wie uns vielleicht beliebt ist. Die Abhängigkeit der Stadt gegenüber der noch vorhandenen Fördertöpfer ist hier einfach zu groß. Die haushaltstragenden Fraktionen müssen sich daher eine gewisse Fahrlässigkeit beim Ausgeben der gefundenen 110 Millionen Euro gefallen lassen und aus diesem Grund können wir diesen unterbreiteten Vorschlag nicht unterstützen. Herzlichen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde Fraktion Die Linke, Herr Schäufer. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es war im Jahr 2021, das Frühjahr hatte begonnen und da begab sich Folgendes. In dem kurzen Zeitraum zwischen zwei sogenannten Dienstreisen spazierte der Regent von Elbflorenz durch sein Rathaus. Er trug ein sommerlich kariertes Sakko in Sandorange und war zufrieden mit sich. Doch was war das? Seine Augen erblickten das Stadtsäcke. Es war prall gefüllt. Wie konnte das sein? Er selbst hatte doch erst vor wenigen Monaten, als der Rat der Stadt darüber befand, wofür Geld ausgegeben werden sollte, die finanzielle Lage in düstersten Farben gemalt. Und jetzt das. Ausgerechnet jetzt, wo er das Sachsenbad verkaufen wollte. Denn jeder anständige FDP-Politiker musste einmal im Leben öffentliches Eigentum privatisiert haben. Doch die Sterne standen nicht gut. Was waren das noch für Zeiten, als internationalen Finanzinvestoren mit wohlklingenden Namen ganze Wohnungsbestände auf dem Silbertablett dargeboten wurden? Heute musste man als FDP-Politiker froh sein, den Verkauf eines alten Schwimmbads durchsetzen zu können. Und selbst dagegen wurde noch frech aufbegehrt. Aber diese Trophäe neoliberaler Politik wollte sich der Regent von Elbflorenz nicht nehmen lassen. Deshalb verschwieg er dem Rat der Stadt einfach seine Entdeckung vom prall gefüllten Stadtsäckel. Nicht, dass da noch jemand auf dumme Gedanken kommt. Er hatte ohnehin gerade Wichtigeres zu tun. Die Vergütungen der Aufsichtsräte bedurften dringend der Erhöhung. Die Wartehäuschen an den Straßenbahnhaltestellen mussten endlich abgerissen werden. Darauf wartete das Volk schließlich seit Jahren. Gleich neben dem Rathaus sollte ein neuer Verwaltungspalast entstehen. Es gab auf absehbare Zeit keine kommunale Baustelle in ganz Elbflorenz, in die mehr Geld fließen würde. Man musste schließlich Prioritäten setzen. Eigentlich sollte der Palast auch einen hohen Turm erhalten. Schließlich unterstreicht jeder anständige Regent, der etwas auf sich hält, die eigene Bedeutung mit einem solchen Fallus der Macht. Man konnte von dort übrigens auch hübsch auf das Volk blicken. Doch dieses Vorhaben hatte ihm der wackere Wirts versaut. Der war allen Ernstes der Meinung, dass die Altstadt von Elbflorenz bereits eine recht ansehnliche Silhouette habe und nicht irgendwann so aussehen soll. Wie jene von Frankfurt am Main. Der verhinderte Turmbau kremte den Regenten von Elbflorenz Gasea. Bevor ihm nun der Rat erneut in die Suppe spuckte, verplante er den 109 Millionen Euro Schatz lieber gleich selbst. Für den sozialen Wohnungsbau gab es in seinem Dekret vorsichtshalber keinen Thaler. Denn das hätte den getreuen Haus- und Grundbesitzern gewiss nicht geschmeckt. Über den Klimaschutz sprach er zwar in wohlklingenden Worten, aber beim Geld hörte der Spaß auf. Da könnte ja jeder kommen. Und so kam es, dass ich unter den Räten eine Mehrheit fand, die ihrerseits befand, dass es so nicht ginge. Selbst ein Parteifreund des Regenten, der zockende Zaster, opponierte. So weit war es also gekommen. Diese Mehrheit nahm die Sache nun selbst in die Hand. Sie wieder rief Kürzungen bei Kunst und Kultur, investierte in den sozialen Wohnungsbau und stärkte den Klimaschutz. Die Repräsentanten des Volkes hatten sich ertreistet, auf offener Bühne den vermeintlich genialen Plan des Regenten zu korrigieren. Hierüber war der Regent allerdings gar nicht erfreut. Früher hatte er der Sitzung des Rates einen Besuch auf dem Weinfest oder auch die Eröffnung des Weihnachtsmarktes vorgezogen. Vergnüglicher war das allemal. Heute zog es ihn nach der Pause einig auf Schloss Eckberg, denn dort gab es wenigstens keine Widerworte. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Also außerordentlich witzig, aber wenig inhaltsreich. Herr, Frau Proviser, als Nächste. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche es kurz zu machen. Wir sind irgendwie eine halbe Stunde über die geplante Pausenzeit hinweg. Manche Menschen werden, wenn sie hungrig sind, aggressiv und andere werden komisch. Ich kann aber nicht alles, was hier vorne gesagt worden ist, jetzt einfach so stehen lassen, weil da ist ehrlich gesagt auch ganz schön viel Blödsinn erzählt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei euch muss man ja nicht korrekt sein, liebe Kollegen der Dissidenten-Fraktion. Das Thema Luftfilter. Also man kann natürlich sich hier vorne hinstellen und was von Kindern auf der Intensivstation und von großen Kulleraugen erzählen. Das Geld für Luftreinigungsanlagen wäre in unserer Stadt da. Wir haben jetzt nur hier oft genug schon hier vorne auch gesprochen. Wir führen gerade eine intensive fachliche Debatte, auch im zuständigen Ausschuss über das Thema. Das Problem ist nicht das nicht vorhandene Geld und das ändert auch dieser jetzt hier vorgelegte Änderungsantrag nicht. Das Problem ist eine fachliche Debatte, in der es offensichtlich große Unterschiede gibt. Wir sind uns da, glaube ich, ja sehr einig über die Notwendigkeit. Aber es fehlt nicht am Geld. Was hier ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist die Finanzierung, die die Dissidenten sich dafür vorstellen. Das sind diese 10 Millionen, die für die Verkehrserschließung für das Gymnasium Leo jetzt vorgesehen sind. Ja, das ist nicht in Ordnung, dass die Verwaltung das bei diesem Schulbauvorhaben nicht von vornherein mitgeplant hat. Denn wer sich dort auskennt in der Ecke an der Margon-Arena, bei der Bodenbacher Straße, der weiß auch, dass es nicht nur einfach um eine Kreuzung, eine Straßenkreuzung geht, die dort in Ordnung gebracht werden soll, sondern es geht um einen ganzen Straßenzug, von der Marienberger Straße bis zur Salzburger Straße, die ich mit dem Fahrrad nicht mal am Wochenende befahre. Da sollen spätestens geplante im Moment die Übergabe dieser Schule 2024, 2025 am Ende bis zu 800 Kinder, am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit Bus und Bahn ankommen. Und dafür muss ein gesamter Straßenzug umgestaltet werden, damit das sicher ist, weil das im Moment auf der Bodenbacher Straße so nicht möglich ist. Und deswegen können wir dieses Geld dort nicht rausnehmen an dieser Stelle, weil das wissen die Kollegen auch ganz genau, Wenn wir es jetzt nicht drin haben im Haushalt, wird dieser Straßenzug dort weder weiter geplant, noch erst recht irgendwie gebaut. Und damit ist dieses Gymnasium Leo so nicht sicher für Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer zu realisieren. Ich frage mich immer, ob es sinnvoll ist, hier vorne Kommentierungen der AfD noch mal richtig zu stellen. Die Universitätsschule braucht das Geld für ihren Neubau völlig unabhängig von der Frage, ob sie um ein Gymnasium erweitert wird oder nie. Sie braucht dieses Geld für diesen Neubau auch dann, wenn sie Grundschule und Oberschule bleibt. Dann stellt, will die AfD jetzt hier noch 250.000 Euro im Eigenbetrieb Sport für Schulsporthallen. Für Schulsporthallen ist der Bildungsbereich zuständig, aber wir stellen ja hier mit diesem federführenden Ausschussvotum gerade 9 Millionen für den Sportbereich zusätzlich ein. Und die Mittel sind vorhin auch schon genannt worden für den schulischen Bereich. Dann will die AfD noch mal eine Million Euro für einen Corona-Fonds einstellen. Das hat doch der Finanzausschuss gerade eben beschlossen. 3,1 Millionen für einen solchen Fonds. Und dann ist auch noch hier das schwarze Loch der fehlenden Steuereinnahmen an die Wand gemalt. Wurden so viel Angst, müssen wir den Menschen in dieser Stadt dann nun doch nicht machen, weil, Herr Lommel, ich glaube, Sie waren es, der hier in der Fragestunde nach der Entwicklung der Steuereinnahmen gefragt hat. Also entweder haben Sie nicht zugehört, dann empfehle ich Ihnen, die schriftliche Antwort noch mal nachzulesen. Ja, es war richtig bei der Haushaltsplanung im vergangenen Jahr, wo wir alle nicht wussten, wie wirkt sich Corona und wie wirken sich die Lockdowns auf die wirtschaftliche Entwicklung auch in unserer Stadt aus. Inzwischen wissen wir es. Insofern brauchen wir auch niemanden Sorge und Angst zu machen, dass in den nächsten Jahren sich hier irgendwelche Löcher auftun werden auf der Einnahmeseite. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich mir erlauben, in die Abstimmung einzutreten. Ich würde es einfach in der Reihenfolge machen, wie die Änderungsanträge reingebracht worden sind. Wir haben zunächst einen Änderungsantrag Fraktion Dissidenten. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Letzteres ist die große Mehrheit, damit wäre der abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag AfD. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Auch hier ist Letzteres mit großer Mehrheit, damit abgelehnt. Dann kommen wir zum interfraktionellen Änderungsantrag. Wer diesem mitgehen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Ersteres war deutlich die Mehrheit gewesen, damit wäre der aufgenommen. Und wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Geändert, so wie wir es gerade beschlossen haben. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? 49 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen. Noch eine persönliche Erklärung. Herr Nietzsche, bitteschön. Ja, ich hätte eine kurze persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich habe jetzt hier bei dem Antrag dagegen gestimmt. Nicht, weil ich vorher zwei Wahlkampfreden heute schon gehört habe, eine davon in der Büttenräte. Sondern, weil es mir um etwas anderes geht. Mir gibt es in dem Änderungsantrag. Es hat übrigens auch nichts mit Trotz zu tun, von wegen, wir wären nicht daran beteiligt gewesen oder sowas. Es hat etwas mit dem Inhalt zu tun. Es ist mir einfach zu viel Spitze und zu wenig Breite. Ich mache es an einem Beispiel fest. Eissporthalle soll ertüchtigt werden für die DEL. Wir haben eine Eissporthalle, die in der zweiten Liga DEL tauglich ist, die eine Punktbewertung hat, die weit über der Eissporthalle von Bremerhaven liegt. Andererseits gibt es auch gute Sachen, die in dem Punkt drin sind, im gleichen Satz sozusagen, in dem Punkt, in dem halt eben zwei Kunstrasenplätze geschaffen werden sollen. Das macht es nicht einfach, das abzulehnen, aber es macht es notwendig. Und an diejenigen Fraktionen, die jetzt diesen Antrag durchgeboxt und auch gemeinsam durchgestanden haben, es war bestimmt sehr schwierig, Herr Zastrow, noch eine Frage. Falls irgendwann mal wieder eine Lücke in Höhe von 120 Millionen auftauchen würde und nicht etwas gefunden würde, dann glaube ich nicht, dass Sie es so einfach haben werden, dann auch gemeinsam eine Lösung für diesen Fall zu finden. Die Debatte ist abgeschlossen und dieser Punkt ist abgeschlossen und damit darf ich Sie in die überfällige Pause gehen lassen. Und es ist 19.05 Uhr und das heißt, wir setzen 19.35 Uhr fort mit der Sitzung. Und das heißt, wir setzen müssen nach unten auf. Laufen wir Madeleine di storischen K.